Ja, hallo Leute, ich bin es, kurz nach langer, langer Zeit. Ich wollte euch nur mal was zeigen, wie viele Wölfe hier sind. Ich muss jetzt, wenn das sind. Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Geh auch. Sieben. Noch hier einen vergessen. Genau. Acht. Und, Moment, da ist Nummer zehn. Ne, Quatsch, Nummer neun. Nummer neun krallen wir uns gerade auch nochmal. So, Nummer neun. Das ist ein Schwein. Verdammt. Egal. Aber, wenn ich das richtig sehe, ist hier unsere Nummer neun. Zack. 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 Okay, ich wollte gerade sagen, wie viel willst du denn? Echt, weil ich noch nie so viele auf einmal gesehen habe. Ja, wie gesagt, da habe ich gedacht, das muss ich euch einmal kurz zeigen. Also, schade, dass es keine zehn geworden sind, aber... Wo kommst du jetzt? Das war eigentlich auch schon alles, aber das heute euch... Hatte ich euch wenigstens mal zeigen wollen. Ähm, ja. Dann... Würde ich sagen... Macht's gut. Tschüss. Tschüss.